Scharrollen-Schikane. Scharrollen-Schikane, was auch immer das jetzt bedeuten soll. Hm, kann mir da jetzt nichts darunter vorstellen. Bei China Sisters wär ein Ding cool gewesen. Multiplayer. Ja, da geht's ja eigentlich auch, aber da sind halt zwei gleichzeitig ist ein bisschen... ...und dass der einen in dieser einen Welt spielt. Ja, was ist das? Ja, bei mir bleibt er da nicht hängen. Heilig. Eins. Oh-oh. Der Tipp ist da oben. Den kann ich weg da oben machen. Muss ich ihn abballern? Ja. Ja. Doch. Komm mal. Happen. Aua. Den Schleuder. Alle runter schießen. Kommen. Nein? Der Pest. Ja. Nein? Der Pest. Oh. Noin? Der Pest. da ist bestimmt irgendwas er springt einfach runter warum nicht da fällt er runter da fällt er schon wieder runter der hat losgelassen, der macht nix hallo, wo bist du hin? bist du weg? hast du es gefressen? nein weil wir auf uns drauflaufen wir kommen jetzt nein nein was war warum hat er jetzt Stapfer-Tacke gemacht? nur weil ich den nach unten gedrückt hast und das hier gedrückt hast so hast du getrunken also so nur weil der nach unten gedrückt hat alles klar muss kommen flieg wir müssen aber nochmal da hoch da ist auf jeden Fall was ich hab mich geopfert ja, hab mich geopfert so ein Meter was ist das so ein Meter? eine Figurbreite wir haben alles einsammelt wohl, wir haben sogar noch nix übersehen was hier los also ich hab da noch nix einen Saft jetzt nicht wollte machen weißt du, bei dir macht er die Stapfer-Tacke und bei mir macht er diesen also wenn ich die Stapfer-Tacke mache macht er bei mir das hier und bei dir macht er es genau umgekehrt so so Aua ja, ich kann gar nicht den jetzt, ähm ähm jetzt Ball machen weil irgendwie dran bist geht das nicht nein was mach ich denn? das war wieder ein Fail das war wieder ein Fail gucke doch mal da an, wir haben aber die erste Blume übersehen immer übersehen immer übersehen ne, wir haben die Absicht übersehen, ne extra genau, dass es interessanter wird ja, damit wir halt nicht alles zeigen dass der Endboar schwieriger wird b passed warte, warte, pants hier nochmal, jetzt schi- jetzt ich bin jetzt nach oben nein, das wird schon wieder äh, Krüse Nee, ich hab mich schon geopfert. Ach, was ist das denn für ein Scheiß? Ja, ich zeig. Musst du was vergessen? Ernsthaft? 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 Ernsthaft, ey. Du gibst mir Buß, dass ich in die Typen reinfliege, alles klar spielen. Wenn das jetzt nicht gewollt war. Ich bin nicht. Der hat mir zu lang gebraucht, bis er sich unterwegs ist. Wow. Schiffrollen. Warum hat er das gemacht? Warum? Du hast bestimmt... Nein, ich hab nicht bestimmt, da muss eine Stampfattacksicherung drin sein. Nein. Was? Ich hab da oben gedrückt und der hält sich nicht fest, der macht es nicht. Der hat keinen Bock mehr. Der hatte echt keinen Bock mehr. Jetzt aber, komm schon. Jetzt packen wir das. Nein. Nein. Klettert einfach alleine hoch. Okay, dann leide ich dich jetzt so, wie du bist. Nein. Ah. Meiner schafft es nicht, der Oper ist zu schwach. Nee. Du bist rot. Nee. Nee, lass wieder mal, du bist. Ach, ich pack's grad auch nicht. Ich brauche es, damit ich dich dafür üben... ...divieren kann. Mhm. Oh, da. Wie ist denn mal da? Voll Chaoten, Pleiten, Pech und Pam. Oh, nee. Müssen wir alle platt machen, bestimmt. Haben wir gar nicht. Doch. Ach so, doch. Toll. Ach nee. Weil ich den immer doppelt drück. Ernsthaft. Dann schmeiß mich einfach durch die Gegend. Oh, dann geht's mal. Oh, dann geht's wirklich schneller. Ach jetzt... Was denn hast denn? Deshalb hat ich jetzt zu überleben. Jetzt schließ mich hoch, komm. Ich soll mir den erst... Ich soll mir die erste Blume vergessen. Ich hab mir die erste Blume vergessen. Hmm. Ich hab mir die erste Blume vergessen. Das wird jetzt ein Spaß. Okay, jetzt haben wir wieder hergestellt. Was hängt da unten denn? Der hängt irgendwie ein bisschen komischer dran. Ja, du fliegst da. Ja, genau. Ich habe einen übersehen. Sind wir doch nicht so gut, ne? Warum musste das jetzt sein? Ich will dich da. Ich will dich da. Ich will dich da. Warum? Ich muss das einfach nochmal machen. Ach nee, ich habe einen Bock. Das ist so blöd, dass man sich mit nach oben festhalten muss. Ja, guck, wenn ich runter bin, geht das gar nicht. Ja, was? Wieso habe ich nicht Schaden bekommen? Das ist auch nicht so. Der Tag der tausend Tore. Ja, weil der sich nicht festhält, solange der blinkt. Wenn ich respawne, dann blinkt der Typ so und dann guckt, dann hält er sich nicht fest. Jetzt hat er es mal gemacht. Jetzt hast du mich weggesammelt. Jetzt hast du mich raus. Dann bin ich in die andere Richtung. Ja, so. Nein, ja. Dann schießt jetzt, ob das vorher gezeigt wird, komm. Ob wenn das unten ist. Ernsthaft? Dann haben wir ja nicht so viel verpasst. Was war denn das jetzt schon? Was war das denn jetzt schon wieder, ey? Ich drücke den Ring und... Ja, dann passiert nämlich genau das. Oder auch nicht. ... Dass wir in die Wolle haben, ne? Und jetzt sind wir wieder an der Rand, oh Gott. Ah, sie fände so'n Scheiße, so'n Slappstil. Die Wand der Winde, yeah. Komm da hoch und dann da rein und dann... Und schmeiß mich wieder durch die Gegend. Ah, der dritte ging nicht mehr. Ah, warum der dritte hat man da gerade noch? Doch, Hamadin! Blebleblebleblebleble. So geht das unten. So, jetzt sind wir kaputt gegangen. Muss ich mal auch in Wolle... Wir brauchen Wolle, du wirst gerade unsere Wolle verschwinden. So. Hier sind wir hängen geblieben, ja. Oh Gott. Naja, der Meister hier, da rettet die Situation jetzt wieder. Nein! Wieso muss ich alles... Was? Wie soll das so los? Oh, so ist... Nicht beide springen! Nein, genau das! Das ist klar, ich wollte gerade die Taste drücken. Ne, mach doch nicht. Das Ender... Das Ender... Nein! Und Bonuslevel! Und Punktabzug, weil ich nicht da bin. Ach egal. Jetzt auf einmal. Was soll's. Jetzt geht's auf einmal. Ja, wir haben 1.000. Ich meine. Nur nix auszugeben, schon wir brauchen ja eigentlich nix. So Bonusmäßig. Oh, gut, du. Für das, was wir jetzt hier machen, hätte man sich ein Woll-Yoshi-Amiibo kaufen müssen. Oder ein Amiibo von Yoshi. Damit man einen zweiten Yoshi ins Spiel rufen kann. So ist es einfach. Tja. Ja, ne. Mit Geld kann man halt alle Tiere kaputt machen. Das ist, äh, schwer. Weil die Dinger hier gehen kaputt. Wenn man lang genug drauf steht. Oh, du bist doch noch wieder. Nix bekommen wir. Ja. Na, ging ja noch. Und? Gleichstand! Hey! Jawohl, äh. So muss das. Man kann auch nur mit einer Hand spielen. Ne, du musst dich ja bewegen. Äh, warum muss ich mich bewegen? Ich bin Gamer, ich bewege mich nicht. Ich hab nur ein Fahnenkreuz. Du hast ja immer noch einen Game-Stick. Einen Stick? Stickity-Stick-Stick. Und was will das jetzt? Die Boss-Festung. Noch ein Boss. Da ist bestimmt wieder so ein fetter Johann drin. Ich schwör dir.